Willkommen zurück zu Earthworld, Munch's Odyssey und nach dem Solo-Tritt von Ape Demodaken haben wir jetzt endlich auch den Titelhelden, Munch, unter Kontrolle und wir müssen die Fuzzles retten und selbst entkommen und mit dem Zap-Mart können wir jetzt die Gegner pritzeln. Lade Munch's Fontanellenphase mit diesem Energie... Ja, das haben wir eben schon gelesen. Okay, los geht's. Wir haben die Kraft, aber nicht unbegrenzt. Da unten sollten Gegner lauern. Nämlich diese interne. Das sind so die Durchschnittsgegner. Ähnlich wie die Sleaks. Nur die Sleaks sind halt Klassiker und die hier sind, naja, neu ist nicht immer gut. Wir können ihn aber bedenkenlos pritzeln, solange wir den Zap-Mart genossen haben. Aber da hält so einiges durch, ey. Ich bin erstaunt. Wow, er hat mich verletzt. Es geht nicht mehr. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Er wird mich töten. Haben wir ihn getötet? Okay. Das war mein Fehler. Er hat nur noch einen Vogel. Ihr habt ja bei Abe gesehen, wie viele man hat. So um die 10, 15. Ich weiß nicht. Er hat jetzt nur noch einen. Das ist sehr wenig. Was genau passiert jetzt, wenn er stirbt, ist mir nicht klar. Normalerweise, wenn Abe und Munch zusammen sind, dann... Wenn der eine stirbt, muss der andere ihn wiederbeleben. Aber wenn nur einer unterwegs ist... Sie haben sich ja noch nicht vereint. Sie haben sich ja noch nicht getroffen. Und Munch kennt Abe ja noch gar nicht. Nur Abe weiß halt, dass es Munch gibt und muss ihn retten. Aus seiner mistlichen Lage. Aber Munch muss selber entkommen aus den Weicker-Labors. Oder haben wir noch einen, ey? Wir müssen dafür sorgen, dass er uns nicht angreift. Die Fuzzles sollen uns helfen, aber... Wir tun, was wir können. Dadurch greift er uns nicht an, sondern die Fuzzles. Das ist gut. Die gewonnen haben. Sag ich doch. Aufstand der Laborratten. Ein Fail für die Wissenschaft. Ich kann nur hoffen, dass es alle Fuzzles sind. Dass ich nichts übersehen habe. Es geht noch mal weiter. Wir rüsten uns für den nächsten Kampf. Da kommen wahrscheinlich mal zwei interne. Das sag ich doch. Oh mein Gott. Einer hat mich getroffen. Ich bin doch im Leben. Komm, tu einfach alles, was du kannst. Cool. Wir haben gesiegt. Jetzt habe ich aber genug vom Kämpfen. Es sei denn, der Mensch füllt seine Energie bald mal wieder auf. Aber schon mal ein gutes Zeichen, dass hier kein Zapmart steht. Also diese Drogen. Also diese Drogen. Es ist nicht Drogen. Wie nennt man das Ganze? Ich komme jetzt nicht auf den Begriff. Ich habe hier die Verpackung noch liegen. Da steht es auch drauf. Doping. Doping ist das. Nur im Sport verboten. Oder korrigiert mich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Doping. So viel steht fest. Oh mein Gott. Hier werde ich nicht alt. Oh mein Gott. So viele Scheißdinger. Ich meine die Fassel kämpfen. Aber es scheint einer gestorben zu sein von uns. Ich werde helfen. Ich werde tun, was ich tun kann. Sieht auch gut aus. Ich hoffe, kein Fassel ist gestorben. Und selbst wenn, dann gibt es bestimmt Wiederbelebungsportale. Wie wir sie ja schon gesehen haben. Jeden befreien. Es fehlen noch 20. Jetzt bin ich hier. Komme ich weg oder was? Gut. Okay, das ist ein bisschen crazy hier. Naja. Haben wir alle? Noch mal kurz gucken. Sieht so aus. Wir haben mal wieder so eine Anzeige. Es ist ein Fassel in der Tat gestorben. Das ist scheiße. Ihr verschwindet erstmal bitte. Achso, wir müssen auf das Ding drücken, um uns das oben anzuschauen. Oh, verdammt. Wir haben alle interne stillgelegt, aber ein Fassel ist gestorben. Tja, hat manches richtig getan? Überprüfe manches Quamer-Licht-Counts, indem du den rechten Teil da drückst. Rot und gezackt bedeutet schlecht. Goldfarben und glatt ist gut. Naja, wir sind nicht ganz glatt. Einer ist gestorben. Ich hoffe, wir können ihn wiederbeleben. Aber sonst sehe ich schwarz. Jö, wir können auch mal schwimmen. Da sind wir glücklicherweise schneller unterwegs. Erstmal das Zeug sammeln hier. Jöi. Jöi. Da haben wir den Ausgang. Mal sehen, was jetzt kommt. Das dürfte ein Level gewesen sein. Hm. Das mit dem, was, hydroponische Fässer? Das ist der Level-Name. Was ist los? Was muss ich machen? Schwimm um dein Leben. Ähm. Führe manch durch diese tückischen Gewässer, indem du die Wasserbrunnen springst. Aha. Okay. Freiheiten vor Winn. Und wir haben die ganzen Dinger verloren, die Spooze. Warum? Egal. Sammeln wir eben neue. Ich witte, wir werden sie brauchen. Aber auf einmal. Da haben wir so einen Brunnen. Der führt uns nur hier hin. Gut. Schön. Klasse. Hm. 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 Info. Deluxe. Hm. Hydroponische Fässer. Die Vickers haben in diesen Fässern Spoosebüche angepflanzt. Nur für medizinische Zwecke. Hilf manch alle Spoosebüche in diesem Bereich einzusammeln. Moment. Du wirst sie brauchen. Tja. Dann mal los. Die Rede ist von allen Büschen. Und deswegen schnappen wir uns auch alle. Sofern das geht. Manches kommt mir nämlich bar nicht vor. Da ist noch ein Brunnen. Spoosebüche. Da gehen wir dann als letztes rein. Was steht da? Spärgebiet. Da gehen wir dann gleich mal hin. Wohahaha. Erstmal in diesen Brunnen. What the hell? Spoo, 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 spoo. Ohne Ende. Aber den da will ich. Gut, danke. Dann weiter im Text. Wasser ist zum Waschen da. Spärgebiet. Rein da. Gehen wir mal rüber. Willkommen im Sperrgebiet. Slokes hat er gesagt, oder was? Oh Gott, das ist gar nicht gut. Aber unsere Energie ist wieder voll. Das freut mich. Also gegen Slokes können wir überhaupt nichts ausrichten. Also scheiß auf den Slokes. Wir schwimmen lieber eine Runde. Wo sind wir denn gelandet? Yay. Yay. Basketball. Yeah, baby. Cool. Aber ich glaube, so viele brauchen wir dann vielleicht doch nicht. Ich brauche nicht zwingend jeden Einzelnen. Nächste Info. Raus mit der Sprache. Böse aus Logie. Die Vickers haben es durch Dunkelheit und schlechte Hygiene geschafft, ein paar hypergefährliche Kanalslogs zu züchten. Weiche ihnen aus, indem du springst. Na, da freue ich mich aber. Aber schön die Details, dass sie auch äh, äh, Nipfe haben und so. Was ist da? Kann da einer laufen? Brauchen wir hunderts Bußbüsche bestimmt dann? Autsch. Kriegen wir locker. Wie clever. Immer von Loch zu Loch springen. Verdammt. Noch mal eins übersprungen, aber hey, soll uns von nichts abhalten. 99, tatsächlich. Bitteschön. Noch eine Info? Spußschloss. Manch benötigt Spuß, um dieses Tor zu öffnen. Stell dich direkt vor das Tor und so weiter. Kennen wir. Ist nichts Neues. Licht am Ende des Tunnels. Gut, das dürfte dann dein nächstes Level sein. Und dann, wenn manch das hat, dann gibt's die Vereinigung. Flurry Tanks. Ich muss mal ganz kurz angucken. Quarma prüfen. Gesamtrettung in diesem Level? Äh. Mhm. Ich verstehe. Also von 38 möglichen im Spiel bislang haben wir 37 geschafft. Also einer ist definitiv gestorben. Damals sind die 100% nicht mehr erreichbar. Rettung in diesem Level. 0 von 13. Ich zeige mich begeistert. Aber das werden wir hinbiegen. Ich werde nochmal offscreen dann alles machen. Testzonen, die die Vykers betreiben, streng geheime Fluid-Experimente auch in diesem Kanal. Weiche den Wasserminen aus und denk daran, das Steuerkreuz zu benutzen, um mich unzusehen. What the hell? Ja, okay. Wasserminen halt, ne? Sauber, die haben gekämmt. Also im Klartext, ich werde es nochmal spielen. Wir sind noch am Anfang des Spiels, wenn ich hier diesen Part beendet habe. Spiele ich alles nochmal, okay? Und sorge dafür, dass der eine Fuzzle dann mir erhalten bleibt. Und tschüss, Mann. Das hat uns sehr verletzt, aber wir leben noch. Das ist das Wichtigste. Ja, geht's aber verwirrend zu. Seltsame Gegner da. Gibt's noch mehr Fuzzles, die wir alle retten müssen, ist ganz klar. Zapomat, das riecht nach Kämpfen. Yay. Das war bestimmt, als diese fünf, sechs Wikers da waren und ich stoße dich ins Wasser und du bist tot. Hihihi. So geht's natürlich am einfachsten. Benutz die... Ja, okay. Langsam ist es ja wohl. Hier, drei werdet gerettet. Was, 35? So viel hab ich bestimmt nicht. Doch. Lol. Ab in den Brunnen. Interesting. Au, Tchaikovsky. Oh mein Gott. Ein falscher Schritt, ein falsche Flossenbewegung und wir sind Geschichte. Auch hier gilt es, alle Fuzzles zu retten. Allerdings, Leute, beende ich diesen Part an dieser Stelle mit Munch und ja, wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal spielen ohne diesen getöteten Fuzzle und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Ciao. He's dead. He's alive. He's alive. Bis dann. He's alive.